Servus Leute, willkommen zurück zum FM17 mit eurem Krauer und Energie Cottbus-Freunde. Im Pokal leider verloren gegen Darmstadt, aber es war auch schon verdient, muss man an der Stelle sagen. Darmstadt war natürlich zwei Klassen stärker, ne? Erste Bundesligist gegen... ne, drei Klassen höher, gegen Regionalligist. Naja, was willst du machen? Egal, ne? Viele Vorschläge habt ihr mir wieder geschickt, also Freunde, ihr seid ja unglaublich geil. Wir knacken bald die 900, ich bin... es ist krass, dankeschön dafür. Während mich noch nicht abonniert habt, tut es einfach, hier wird es locker weitergehen, die Vati kann steigen und... Guckt euch dieses Blickfeld an, das habt alles ihr erschaffen. Wir fangen auch direkt mal an, kann man hier den Namen eingeben? Nein, kann man nicht. Wir fangen an mit Prokopf, Roman Prokopf von Köln, ehemals Bochum. Der nächste ist Andis Schala, ein Stürmer, auch kein Schlichter. Wurde von unserem Cottbus-Fan gewünscht. Dann ein, der mir noch ein Bekannter vom TS gesagt hat. Haji Wright, der soll auch richtig gut sein im FM, hat er mir gesagt. Dann kommen wir zu Muhovic. Slatko Muhovic vom BFC Dynamo. Ex-Preußer auch. Ex-Aachener und ex-Schalker, das weiß ich auch noch. Kommen wir weiter zu Patrick Eras, auch richtig guter Spieler und jung. Talentiert bis zum geht nicht mehr, kann man sich auch mal angucken. Der nächste ist Mohamed Cissé von Duisburg. Auch ein ganz junger Spieler. Genauso wie Ferdi Kadioglu, habe ich auch noch nie gehört. Überhaupt echt nicht. Hier ist er von Nijmegen oder Nijmegen, das Bild. Das gefällt mir richtig gut. Das muss ich haben. Salih Ötjan, das ist ein Kölner, das weiß ich. Der hat, glaube ich, gegen Schalke getroffen. Wenn er das ist, nee, ich glaube nicht, dass er das ist, oder? Bin mir nicht sicher. So, weiter geht's. Ich habe noch eine Seite. Eidogan haben wir noch hier. Eidogan oder Eidogan, wie auch immer. Ich denke mal, das heißt Eidogan. Wir haben Gianluca Eidogan und Eidogan, sage ich einfach. Und Ogusan haben wir beide. Dann haben wir noch Liam Fisch von Darmstadt. Ist der auch ein ganz junger. Dazu kommt noch Sam Schreck, Vite Arp. Vite Arp von Hamburg, ein ganz junger Sam Schreck von Leverkusen. Dann Robin Lukaker. Habe ich leider, glaube ich, nicht gefunden. Den habe ich in der Dortmund-Jugend nicht gefunden, irgendwie. Er sollte in der Jugend sein. Guck mal nochmal. Aber Laukert, den können wir uns nochmal reinnehmen hier. Ne, den Kehr finde ich nicht. Also, wenn ihr den gesehen habt, sagt es mir. Ansonsten bin ich wieder der Blindfisch. So, dazu kommt noch Halimi, Schnellbacher, unser Ex-Goalgetter. Emre Moor, Nahel, Nahe, habe ich auch noch nie gehört. Wo ist der? Da ist er, von Hessen-Kassel. 19 Jahre jung, sagt mir auch nichts. Dann Yassin Kadraoui, auch von Hessen-Kassel. Der hat sogar schon ein Bild, das ehemals Leverkusen, richtig? Ja, passt. Bisoushkov von Stuttgart, Behrens, Kevin Behrens, ehemals Essen und Aachen, das weiß ich, Österhelwig oder Osterhelwig. Wembacher ist nicht in der Datenbank anscheinend. Vincent Till, das ist der, den Bayern angeblich auf dem Schirm hat. Den haben wir auch hier drin. Auch ein ganz gutes Talent. 16 Jahre alt. Dann haben wir noch Itten. Und das waren die Vorschläge. Und dann kommen wir nochmal zu drei Vereinen, die ihr gerne sehen möchtet. Da haben wir zum einen Werder Bremen. Nicht Werder Bremen 3. Na. Werder Bremen. Natürlich zeige ich die euch. Hier, bitteschön. Könnt ihr euch mal reinziehen. So, das nächste Team, was ihr gerne sehen möchtet, ist Oldenburg. Auch damals in der Auslosung gewesen bei mir. Könnt ihr euch auch nochmal reinziehen hier. Komm, können wir ja hier nach einer Stärke ordnen. Bitteschön. Und zum Schluss haben wir dann auch Bielefeld. Die jetzt ja ihren Trainer rausgeschmissen haben. Den Rüdiger Rehm. Und jetzt den, Dings, Trainer Jahn, wie heißt er? Ist ja hier drin. Den Carsten Rump, der ist jetzt der Trainer im Moment bei Bielefeld. Übrigens, ich habe wieder was eingefügt hier. Ich weiß nicht, ob ich das schon gezeigt habe aus der ersten Liga. Habe ich jetzt Bielefeld gezeigt? Habe ich gar nicht, ne? Nochmal, ganz ruhig. Erstmal das Team hier für euch. Kevin Staudet, den möchte ich auch mal ins Blickfeld nehmen. Den Keanu und den Leandro Putaro. Auch ganz junge Leute. Und dann schauen wir nochmal hier nach unseren Mannschaften hier. Und da habe ich bei Leipzig, beim Mitarbeiter, den Mathe Schitz eingefügt. Und bei Werder Bremen habe ich noch den Präsidenten eingefügt, den Hess Grunewald. Oder Grunewald. Ja, Jungs, das wird immer mehr hier. Aber jetzt kommen wir erstmal zum Alltag, ja? Ich habe die Aufstellung gespeichert. Das habe ich nach der Aufnahme noch gemacht, weil das in den Kommentaren kam. Kein Thema. Dann soll ich Spieler verleihen, so wie den Putze. Und einen Innenverteidiger. Ja. Ich würde das vielleicht erst in der Rückrunde machen. Wäre wohl besser. Oder ich mache es jetzt noch. Ich weiß nicht so genau. Bin mir nicht sicher. Wir haben ja unseren Kooperationsvertrag. Und hier können wir eh nichts mehr machen. Wir können nichts dahin. Mehr gar nichts. Ach, ihr braucht gar nicht beleidigt sein hier. Das ballern wir mal raus hier. Gehen wir nochmal in den privaten Bereich. Da ist alles super. Ja, Förster mit einer 7. Aber ich habe mir so überlegt, den brauche ich heute mal in Topform. Und jetzt ist er auf einer 8. Das ist super. Den Zickert sagen wir das auch mal. Jawohl, auf einer 9. Und den Viteriti möchte ich das auch sagen. Kann ich nicht machen, weil er nicht mit mir reden möchte. Chiborra möchte ich auch irgendwann mal spielen lassen. Kamenz und Spicke würde ich auch gerne spielen lassen. Aber nicht unbedingt jetzt in diesem Pokal. Wir gehen jetzt auch direkt rein gegen FC Schalke. Zwei in dem Nordpokal. Erste Runde. Und da würde ich auch sagen, starten wir direkt und hören unsere ammer geile Hymne. Hey, man liefens. Es ist unsere Tradition. Gib mir ein F. Auf. Gib mir ein C. C. Gib mir ein E. F. F. Erste Chance direkt. Förster mit einem an sich harmlosen Schuss. Becker war schon in die richtige Ecke. Doch, er fällt schon mal noch ab. Zum Glück kullert dieser Zentimeter am anderen Eck. An der Ecke vorbei. Bitter hat den nämlich abgefälscht. Ich habe den doppelt gelesen. Ich spinne. Freistoßstein. Genau in die Torwart-Ecke. Becker zögert einen Moment zu lange. Den muss er haben. 1 zu 0. Energie Cottbus. Dö, 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 dö. Können wir mal weiter so reinknallen hier. Bitteretti kann sich auch den linken Flügel nicht gegen Neumann durchsetzen. Schlüter kommt zur Unterstützung. Bekommt den Ball flankt in die Mitte. Den Koffer aber in Zickert kann er noch abwehren. Noch gegen Förster ist er machtlos. 2 zu 0. Jawollah. Jürgen Luginger hat sich den Auftakt hier anders vorgestellt. Ich hätte auch nicht damit gerechnet, direkt, dass wir so eskalieren. Hoher Ball nach einem Freistoß für Cottbus. Becker krebt auf der Linie. Kopfball Förster. Tja, 3 zu 0. 9 Minuten gespielt. Was ist denn los? Doppelpack. Benjamin Förster. Eskalation pur. Matthias Asamoah über drei Ecken verwandt mit Gerald. Nein, das ist natürlich Quatsch. Ist der Schiedsrichter. Der greift gnadenlos durch, ja. Die Fans bejubeln jetzt jeden erfolgreichen Pass ihrer Mannschaft. Das heißt für uns, sollten wir jetzt noch ein paar Törchen schießen. Kommen die ganzen jungen Wilden rein. Hoher Freistoß von Stein zu Viteritti. Der kann den Ball nicht mehr drücken, köpft ihn somit über das Tor. Wow, Freunde. Das eskaliert so dermaßen hier. Viteritti Flank von links. Bitter klärt zunächst. Weitlich legt den Ballenort raus zu ihm. Dessen Flanke landet aber direkt in den Armen von Becker. Das ist alles harmlos. Und kaum der Rede wert. Spielt eigentlich der Wright? H.G. Wright spielt sogar bei Schalke. Ja, okay. Alles klar. Jetzt kriege ich gerade hier wieder Nachrichten bei Facebook. Nehmen wir, ich bin Multitasking fähig. Muss ja alles machen, auch für euch. Ich beantworte so viele Fragen pro Tag. Und das mache ich einfach gerne. Können alle fragen, was ihr wollt. Auch Facebook und alles. Warte mal, jetzt schreibe ich mal eben. Ecke von rechts jetzt. Weitlich. Schwieriger Kopfball von Zickert. Becker geht auf Nummer sicher und lenkt das Leder. Er leckt das Leder über die Latte. Pervers. So. Gar nichts. Okay, alles klar. Zickert mit 1,5. Sehr geil. Förster 1,0. Scheitauer mit einer etwas unpräzisen Flanke auf H.G. Wright. Der bekommt den Ball trotzdem aufs Tor. Und der Ball geht rein. Anschlusstreffer wollte ich ja sagen. Aber, naja. H.G. Wright trifft für Schalke. So einfach ist das. Der Halbzeitpfiff. Übrigens, der Chris Müller hat mich gerade angeschrien. Unser super Talent. Er hat mich gerade was gefragt. Wenn du das siehst, Chris. Schönen Gruß wünsche ich dir. Wollte ich dir bestellen. Und jetzt sind wir erstmal in der Halbzeit. So haben wir uns das vorgestellt. Mal hier die alten Säcke hier alle nochmal durchkneten und den Rücken bejuckeln so richtig. 1,0. 1,5. Die bleiben aber alle so drin erstmal. Zweite Halbzeit. Auf geht's, Freunde. Jetzt geht's erstmal richtig los, würde ich sagen. So. Spieler aufwärmen. Schalke aber erstmal nochmal. Wright verlängert den Einwurf zu Pachonik. Der ist alleine vor Meier und schießt auf sieben Metern knapp am Tor vorbei. Unser Glück. Wright, ich komme gegen Pachonik zu spät. Und es gibt Gelb für ihn. Freunde, jetzt fangt mir nicht so an, dass ihr jetzt hier euch gelbe Karten abholt. Ich hole mal kurz mein Ladegerät vom Handy. Und derweil die Ecke. Becker fängt sie ab. So, dann Konzentration nochmal reinballern. Zickert zieht auch noch gelb für einen Mini-Foul. Okay. Super, dann würde ich sagen, ist jetzt Schluss für Förster und Mamba kommt rein. Schalke wechselt auch nochmal. Wir bringen erstmal den Mamba rein. Und, ähm, könnten wir noch wechseln. Eigentlich wollte ich jetzt, dass es mir gerade zu riskant. Würden wir jetzt noch eins machen. Ja. Würde ich ja sagen, okay. Komm, Mark Stein raus. Knechtel rein. Komm. Haji Wright verlässt auch den Platz. Fabian Reze finde ich auch geil. Den habe ich mir übrigens im FIFA geholt. Der ist richtig gut. Pass von Ziegenbein. Der wird abgefälscht und springt zu Mamba. Der dreht sich und trifft zum 4 zu 1. Geil. Streli Mamba. Fußballgut. Immer noch den Lukas Müller rein in den letzten 8 Minuten. Auch wenn das nicht so viel bringt. Aber wir kontrollieren jetzt das Spiel. und sehen hier, dass unser Team Schalke 04 richtig niederstreckt. Weiter mal von Reze in die Spitze. Meier stürmt das ein Tor raus und klärt vor Tec de Pei. Tec Pei. Das ist auch ein geiler Name, oder? Als Schalke-Fan selber musste ich damals erstmal schmunzeln, als ich den das erste Mal gehört habe. Aber der soll ja auch richtig abgegangen sein in der Vorbereitung bei uns. Ich bin auch richtig glücklich, dass wir so gut gespielt haben gegen Mainz. Also, muss ich sagen. Ja! Das Spiel ist vorbei. Wir siegen 4 zu 1 souverän. Übrigens habe ich mir in den Kommentaren sagen lassen, wenn man diesen Pokal gewinnt, ist man im DFB-Pokal. Ja. So. 4 zu 1 gewonnen. Sehr schön. Förster mit einer 63. Mamba auch sehr schön im Pokal jetzt getroffen und in der Liga. Das ist richtig gut. Mark Stein auch. Klasse Typ. Auch wenn er abbaut so langsam, aber halten wir dran fest. Ergebnisse! Gladbach 2 verliert gegen Braunschweig 2. BFC Dynamo gewinnt nach Elmetschießen gegen Köln 2. Schönberg verliert gegen Germania Egesdorf mit 5 zu 2. ETSV Weiche Flensburg gewinnt 3 zu 1 gegen Siegen. Lucke Walde verliert 1 zu 2 gegen Viktoria Berlin. Drochdersen Assel verliert 1 zu 2 gegen Oberhausen. Wolfsburg 2 verliert 1 zu 2 gegen Wienbrück. Essen gewinnt souverän durch drei Tore von Löning 0 zu 3 gegen Jena. Martini Wolfsburg ist auch raus. 0 zu 2 gegen Rödinghausen. Ja, wir gewinnen gegen Schalke. Eintracht Nordheim verliert 2 zu 3 gegen Oldenburg. Düsseldorf 2 mit dem Ex-Schalker Paul Stieber aus der Jugend, kenne ich, also vom Namen her. Gewinnt 0 zu 1 gegen Optik Rathenau. VfB Auerbach haut Westfalia Rhinan raus mit 2 zu 0. Berliner AK 1 zu 2 verlieren sie gegen Lichtenberg. Boah, das sind so viele. Ich mache das jetzt anders. Erkenschwick gewinnt, äh, ist weiter gegen Wattenscheid und Lüneburg gegen Sforzheim. Hildesheim ist auch weiter. Rot-Weiß-Aalen gewinnt 3 zu 0. TSB Flensburg gewinnt gegen HSV 2. Ja, Jungs, guckt euch die Ergebnisse an. Das sind mir jetzt zu viele gerade. Guckt euch die einfach selber an. Das ist mir gerade so ein bisschen, äh, zu viel. Das ist ein Riesenpokal. Also, ich, jetzt verstehe ich das auch mehr, dass halt unterklassige Teams auch in diesem Pokal mitspielen. Aus dem Norden halt. Und das halt, äh, die zweiten Mannschaften da mit drin ist. Also, das ist schon gut gelungen, muss ich sagen. Hut ab. Deswegen, also, finde ich das ganz toll. Das kann man so machen. Und das hört überhaupt nicht hier auf. Deswegen, äh, ja. Tja, sind wir auch weiter. Jetzt ist meine Hündin gerade hier lang gelaufen. Leg dich mal wieder in dein Körbchen rein, mein Schatz. Komm, leg dich wieder hin. Ja, so ist fein. Die hat wieder einen Hund draußen bellen hören. Und wenn das der Fall ist, dann geht sie auch ab wie Schmitz Katze. Oder wie Nachbars Lumpy, wie man auch so schön sagt. Das nächste Spiel ist gegen Mäuselwitz. Das gibt es dann im nächsten Part. Nehmen wir noch ein paar Nachrichten mit. Pokalprämie haben wir 49.000 bekommen. Oh, das ist eine Menge Geld für uns. Das ist super. Nehmen wir gerne mit. Pokalauslosen gegen Germaniker Egesdorf. Scouting abgeschlossen von Ahmed Arslan. Und Sponsor ist auch zufrieden. Wir haben das ja eingetragen hier mit den Scouts. Das ist das Blickfeld da. Dann, äh, aber was sehen wir hier? So. Das möchte ich abbrechen. Und wenn wir dann hier nochmal reingehen, hat er dann automatisch jemanden? Ne. Alles klar. Gut, dann weiß ich Bescheid. Dann machen wir das mal anders. Gehen wir mal in die Jugendscouts rein. Bolzplatz stiften werde ich jetzt nicht. Können ihn ja mal da hinschicken, zum Bolzplatz gucken. Also, ne, hier, äh, Fußball, Tennis beobachten. Wenn man Glück hat, kriegt man da auch mal ein Talent. Alles klar, Freunde. Dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Gegen Mäuselwitz. Haltet die Ohren steif. Wir hören uns gleich wieder. Macht's gut. Ciao. Ciao.